Ich habe mich beworben, als Ärztin auf einem Cargo-Schiff. Dieser eine flog. Und das Geld reicht, um nach Reha zu kommen. Für alle nochmal die Schichtreihenfolge. Dauer jeweils 8,5 Monate. Ich übernehme die erste. An Lindbergh, Yoshida, Vespucci, Borkhoff, Bortmann. Ich will nach Reha. Und dich und die Kinder endlich wiedersehen. Da unten ist was. In der Frachtschleuse. Das Schott stand während ihrer Schicht mehrere Male offen. Sie wissen, dass das Betreten des Frachtaums streng verboten ist. Was wissen Sie über Station 42? Eine ungewandte Station wird offiziell zum Transportnetzknoten im Ausgebot. Und inoffiziell. Der Frachtraum muss so schnell wie möglich wieder verschlossen werden. Lass uns schnell fertig machen. Wir durchsuchen das gesamte Schiff. Ich habe die Kälte Schlaflokfalls überprüft. Etter stimmt er nicht. Dauer! Das kommt von unten. Ich dachte, wir transportieren Pau-Material. Pulper belügt die ganze Menschheit. Das ist so unglaublich kalt hier. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist so unglaublich kalt. Vielen Dank.